And here's the first bone that got tossed me in my favorite world, the world of recordings. Die Menschheit schreit, nein, zu vieles geht hier ein. Mach in den Wald hinein, tauch ins tiefste Meer, besuch den Amazonas, erkundige dich näher. Diese Welt ist wunderschön und hat so viel zu zeigen, doch nimm Tag haben die Natur und leugnen, dass wir von Tyson vermeiden die Naturgebodenheiten. Ja, ich rede nicht von Deutschland, weil die Scheiße schon weltweit ist. Und ich rapp nicht über den Grund, sondern über das Lied, mir die Maschine zitiert als Waffe in den Krieg. Absolute Kontrolle und die ganze Erde leidet, das Wasser wird vergiftet und wir fressen nur noch Scheiße. 250 Shades, 226 Konservierung wird verwesen, nicht mal tötestens lebendig. Ich frage mich sehr oft, ey, wo führt das alles hin? Und egal wie ich es hier drehe, es ergibt für mich keinen Sinn. Versuche mich zu bilden, um ein Sinne drin zu finden, dass das Leben an sich fördert und nicht nur für Profi chindet. Leider bleibe ich dabei, zu oft auf halbe Strecke, doch ich mache weiter Krach, bis ich alle Dämonen wecke. Die Tore der Hölle wurden durch Logen geöffnet, doch heute sind wir hier zusammen und wir schließen unsere Köpfe. Ja, wir leben in ein Meer aus Blut, glaub mir, was zu tun wäre mehr als gut. Der menschliche Körper ist kein Leergut und wenn du das verstehst, kriegst du auch mehr Wut. Und hier ist der erste Ball, der mich in meinem Lieblings-Familie geöffnet hat. Der Welt der Rekordungen. Ring, Ring, wir machen nur noch Kassel. Identität wird verschleiert in den großen Massen. Wir sind auf dem Weg, doch es gibt niemand, unser Schicksal versteht. Ring, Ring, wir machen nur noch Kassel. Identität wird verschleiert in den großen Massen. Wir sind auf dem Weg, doch es gibt niemand, unser Schicksal versteht. Der Mensch ist verwuchert und geistig missbildet, komplett verkünstigt durch Faulheit, die uns schindet. Geblendet durch Sachen, die fürs Leben unwichtig sind. Wer braucht denn schon ein iPad? Schon zum Schichtbeginn, denn leben wir im Glauben von tausend und eine Nacht. Alles Geschichten und Märchen verkauft durch Radio und Fernseher. Was weiß wird verleugnet, was ökonomisch ist, hat sei nicht abgetan. In Konzernen gehören die Medien und das Weltkapital. Die Weltbank, die WHO, Rockefeller, Bertelsmann, ich sage Fickte euch. Euch gehört nicht die Erde, euch gehört nicht der Mond, euch gehört nicht die Luft, ich atme. Ich sage Fickte euch. Euch gehört nicht die Erde, euch gehört nicht die Sonne, euch gehört nicht mein Herz, ich sage Fickte euch. Euch gehört nicht die Erde, euch gehört nicht der Mond, euch gehört nicht die Sonne, nicht mal ein Putz. Euch gehört nicht das Wasser, euch gehört nicht der Mond, euch gehört nicht die Luft, ich mein Herz, ich sage Fickte euch. Und hier ist der erste Kugel, der mich in meinem Lieblings-Familien getestet wurde, der Welt der Rekordungen. Identität wird verschleiert in den großen Massen, wir sind auf dem Weg, doch es gibt niemand, unser Schicksal versteht. Ring, ring, wir machen wir noch Kasse. Identität wird verschleiert in den großen Massen, wir sind auf dem Weg, doch es gibt niemand, unser Schicksal versteht. Ring, 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 du bist!